So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead und wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Tja, das sind schon ein paar. Ich hoffe mal, das hält noch ein bisschen. So, das war ja Clan. Schießen wir sie ab oder? Ich meine, es sind nicht so viele. Aber das Spiel sagt sowieso, es sind viele und naja, von daher. Ja, das geht. So, 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 das geht. Tja, ich glaube wir werden nichts so nützliches finden. Tja, vielleicht in einer versteckten Kombination. Da stand doch ne Zahl drauf, hab ich doch gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie Sie wissen, die Regeln sind sehr klar. Die Termination ist Mandatory. Sie müssen sie nicht sagen. Sie sagen, es war nur Nausea. Sie gab es mir etwas, und es ging weg. Das ist mein Problem, nicht Ihres. Wenn Obersen herausfinden, dass ich eine Beziehung habe, dann sind die Regeln. Ich werde dir ein Sedat. Es wird die Prozedur einfacher für dich. Ich will nicht die Prozedur. Ich will mein Baby. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche, dass du nicht später zurückkommst. Oder ich habe keine Wahl, aber zu informieren Obersen selbst. Entschuldigung. Und das muss das bei mir. Das ist, wenn ich es nicht kurz liebte. Was ist das, wie das gerade jetzt hier richtig war? Wie Molly hat gesagt. Das Kind der schlimmste. Lee, vielleicht gibt es noch andere sinaas. Wir müssen uns beILLahm gucken. Ich glaube, ich habe einen Patienten gehört. Das war einer des Walkers in die Aller in die Auto-Shop. Vielleicht sollte man es suchen. Und sehen, was es für ihn steht. Tja, was haben wir denn hier noch alles liegen? Das könnte sein. Ja, Lee. Nichts in da, wertvoll zu nehmen. Äh, bereits geschnitten. Hey, Christa. Ja? Das war's, Dean. Huch. Das war's. Omid's pretty sick. If he dies with Clementine alone in the house with him... That is not gonna happen. Do you hear me? That is not going to happen. We're going to get these meds to Omid and he's going to be fine. He's going to be fine! You're right. I'm sorry. Are you feeling okay? I'm fine. Why are you asking me that? It's just that you've been looking a little pale the past couple of days. You've been throwing up... Oh, come on! You just dug up a rotting dog carcass. I'm surprised we weren't all throwing up. Lee, I'm fine. Quit worrying about me, okay? Worry about Omid. We've got to get him these meds. Look, Lee. I just want to get back to Omid. Let me do my thing, alright? Okay. Hmm. Looks pretty sturdy. No way we're gonna force that open. We might be able to find something to pry it open, but it'll take time. We don't have time. Omid needs that medicine. We have to get it open now. Do you think shooting it open would work? Only thing that would accomplish is getting us all killed. So, no, I don't. Tja, was ist denn mit dieser Kassette? This is day 82 since the outbreak. 1547. Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Why are you recording this? Regulations. Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Oh, God. Oh, God. Oh, God. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. That you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure! I want my baby! I can't do this! I can't do this! Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. How's it coming? Slow. Too slow. I'm worried that by the time we manage to get this thing open, it may be too late. Molly helped me get the battery we needed. That's great, one down. Where is she? She took off. Had some kind of errand she needed to run. Took off? With the battery? Yeah. Don't worry, she'll be back. I hope so. That girl doesn't really strike me as a team player. More the mercenary kind. How much time do you think Omid has, Doc? You want my medical opinion? The sooner we get him some strong antibiotics to start fighting that infection, the better. Let's just leave it at that, huh? Hey, Doc. I just wanted to thank you for coming with us. And for all your help. I really appreciate it. They don't thank me. I'm not doing this for you. I'm doing it for my people. They need this medicine as badly as your friend does. I'll go see if I can find something that'll help us get that safe open. Good idea. Tja, eigentlich hatten wir schon was. Auf der Kassette ist ja... Irgendwie irgendwas hat das ja mit der Kassette zu tun. Aber... Not working. Anscheinend auch nicht. Wäre ja zu einfach. Wäre ja zu einfach. Das wäre ja zu einfach. Wäre ja zu einfach. Hm. Also ich schätze mal, hier geht's doch nirgendwo lang. Tja, da bin ich ein bisschen ratlos. Hier geht's ja auch nicht weiter. Hier geht's ja auch nicht weiter. Aber hier hinten ist ja auch nichts. Herbindes ... Herbindes. Das ist das, was ich plants cherche. Ja? Plus da kommen wir jetzt auch nicht nochmal hin, schätze ich mal. Ah! Erbindes. Na, oder doch? Das könnte der Typ sein, und er könnte vielleicht auch was dabei haben, was wir brauchen. Das könnte nur, was wir brauchen. Und was ist das? Sieht aus wie ein Kode. Aber Vernon sagte, die Safe-Kombination war nur vier Nummern. Oh, Scheiße. Zeit, zu gehen. Dann gehen wir doch mal zurück und probieren das mal aus. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin.